Moin Leute! Verrückt, aber wahr! Ich werde am heutigen Tag gezwungen von Maxify, bitte helft mir Leute! Wir spielen nach circa zwei Jahren, ich glaube so lange ist es bei mir her, zum ersten Mal wieder eine Runde Fortnite. Also Maxify spielt Fortnite ein bisschen öfter, Haledo eher nicht so. Aber ich habe gehört, es soll jetzt mega geil sein, weil keiner kann bauen. Das probieren wir aus. Ich habe immer noch meinen tollen Kürbisskin. Hast du so einen richtig seltenen Skin? Der schwarze Ritter. Der schwarze Ritter. Der hast du auch oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Mein Spinn, ich habe einen super lame Spinn. Ich habe keine krassen Skins. Ich habe nie Skins gesammelt. Ich habe so eine Banane. Ist die Banane selten? Nee. Okay. So, ich möchte auch ganz kurz sagen, das wird wahrscheinlich die einzige Runde Fortnite sein. Es sei denn, ihr habt mega Bock drauf, dann lasst gerne ein Like da. Ich weiß, ein paar Leute werden wieder direkt disliken, weil es Fortnite ist. Nein. Aber ich will ja auch mal ein bisschen abwechseln. Doch, doch, ich habe gemerkt, viele finde ich da manchmal so ein bisschen schade. Ich meine, auf dem Video steht ja Fortnite vorne drauf. Die müssen sich ja einfach nicht anklingen. Das ist so ein cooles Spiel eigentlich. Ja, ich finde es sowieso immer blöd, anderen Leuten ihr Game schlecht zu machen. Also, ich würde jetzt niemals sagen, Fortnite ist kacke. Ich muss sagen, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich jetzt regelmäßig Fortnite spiele. Aber ich finde, es ist trotzdem ein gutes Spiel, wer da Bock drauf hat. So, Maxify, was muss ich jetzt machen? Oh, mir hat jemand geschrieben. Warte. Ähm, wo gehen wir jetzt? Warte, ich sage an. Ich kenne mich aus. Okay, ja, okay. Weil der Panzer, warte mal, du hast irgendwas. Da ist einer. Da ist einer. Wo ist ein Panzer? Ja, dann holen wir uns den Panzer. Da oben. Ja, oben. Den oberen Panzer. Okay. Wir springen raus. Ich sage, wenn wir rausspringen, okay? Ja. Ja. Drei, zwei, eins. Jetzt rausspringen, Maxify. Ja. So, ich fall jetzt einfach runter. Grüße gehen übrigens raus an Joan. Joan, die Runde ist für dich, Junge. Der Joan, ein guter Freund von mir. Guter Freund von mir. Der wollte die ganze Zeit, dass ich auch mal wieder eine Runde Fortnite spiele. Er ist ein sehr großer Fortnite-Fan. Ah, rechts ist der Panzer. Rechts ist der Panzer. Wo ist er? Ah, da. Ja, ich fliege direkt rein. Ja. Wird du oben ans Geschütz oder unten rein? Äh, ich bin mehr so der Fahrer. Okay. Ja, oder ich gehe ins Geschütz. Ich bin, äh, nee, ich bin der Fahrer. Okay. Hallo. Hi, na? Ich gehe ins Geschütz. Komm, wir machen jetzt alle fertig. Okay. Okay, wir machen sie, wir machen sie alle platt. Oh, das ist der Tankpreis. Ganz, ganz uncool. Ah, ja, das sieht nicht gut aus. Aral-Spritpreise. In der Luft ist einer. Oh, ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Der ist aber spät zur Party. Ich fahre zu ihm. Nein, hier unten, hier unten ist einer. Hier unten ist einer. Maxify. Ich habe frei geschossen. Ich mache ihn platt. Ja, er liegt. Ich überfahre ihn. Niedergestreckt. Ah, ja, ja, ja. Okay, sehr gut. Sehr gut. Okay. Mach die Häuser kaputt. Warum? Ja, weil da bestimmt noch jemand drin ist. Ich rieche die an. Lass doch die Häuser in der Luft. Die armen Leute, die haben ihre armen Häuser hier. Da ist einer. Ich habe ihn. Ja, warte. Warte, ich fahre durchs Haus. Ich arreste es auch. Ja, ja, ich fahre durch. Ich fahre durch. Wo ist er? Ah, ja, ja, ja. Machst du ihn? Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts, wirklich. Er ist drin, er ist drin, Maxify. Es sind zwei drin. Ja, ich habe kein Leben. Alter, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich überwache kurz alles. Ja, ja, gib mir Deckung. Es ist alles sehr intensiv. Ah, ich bin tot. Nein, Maxify. Über mir, über mir ein paar Ruten. Ja, ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Scheiße, die kommen alle. Maxify, er darf sich nicht töten. Ich überfalle. Nein, ich überfalle. Ja, ich schieße doch. Wie wechsle ich? Nein, er ist jetzt im Geschütz drin. Er ist im Geschütz, Maxify. Ja, warte, ich habe hier noch so einen. Das ist ein Bot. Achso, das ist ein Bot. Hör übern rüber, mit Boost. Ja, ja, warte, 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 warte. Ach, das sind alles Bots hier, oder was? Ja, die mit einer Ausrufezeichen im Kopf. Die sind Bots. Lebst du noch? Nee, ich bin ganz tot. Achso, nein. Ja, dann fahre ich weg. Einfach übern rüber, dann geht er tot. Ja, ich scheiße auf die Bots. Hast du mal eine Karte eingesammelt? Ja. Schön. Ja, ja, ja. Er hat aber auch keine Waffe. Du hast ihn gleich, du hast ihn gleich, ja. Ja, warte. Zack, Alter, nochmal. Schön. Ja, er ist explodet. Also, mich wiederholen kannst du. Ja, das ist, der Drops ist gelutscht, Maxify. Wie? Ich kann dich leider nicht wiederbeleben. Äh, aber... Nee, warte, hier ist der Neustartbus. Ja, links. Kann ich dich da holen? Ja, aber irgendwer schießt auf dich noch. Ja, wo? Egal, ich hole den Neustartbus. Versteck dich aber dahinter. Ja, ja, mach ich. Das ist kein... Ich werde dich wiederbeleben, Maxify. Das ist mein größtes Ziel. Ohne dich kann ich nicht leben. Da vorne kommt einer. Das ist ein Bot, alles gut. Ah, ja, ja. Er wird von jemand anders angegriffen. Ja, da... Oh. Er hat ihn gedowned. Ja, ich hab, ich hab. Bist du da? Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Okay, ich bin wieder im Panzer. Da ist einer. Da ist einer, Vorsicht. Da. Hab ihn. Okay, bin drin. Sehr gut. Ich sehe halt nur nie was, wenn wir so eng da drunter sind. Ja, warte. Da oben. Hab eigentlich guter Treffer. Ich brauch so langsam mal Waffen. Hat der Schild kaputt gemacht. Der ist ganz hinten. Sehr gut. Ja, ja, ich fahre, ich versuche hier um die Ecke zu fahren. Ja. Wir haben nur noch ganz wenig Treibstoff, Maxify. Es könnte sein, dass wir den Panzer verlieren werden. Ich steig einmal aus, um mir Waffen zu holen. Ich brauch einfach ein paar Waffen. Ich brenne. Maxify, ich brenne. Ich werd angeschlossen. Da oben ist irgendwo einer. Hier, im Haus drin. Im Haus drin, unten. So eine Dame mit roten Haaren. Sie haben mich einfach weggeschossen. Young Blooms. Young Blooms, wenn du dieses Video hier siehst. Das war echt nicht nett. Oh, nein. Oh, Maxify. Alter, du rein in den Dreck. Du hast nicht mehr viel AP, Maxify. Aber du hast auch noch so ein Ding ins. So ein Medikit. So ein großes. Oh, ich hör den. Ich hör den. Oh, scheiße, Maxify. Nein. Nein. Da waren zwei. Ah, du wurdest auch von Young Blooms eliminiert. Ach, Young, Alter. So, das war eine gute Sache. Ich mach direkt wieder bereit machen. Mein Ziel ist ein Kill. Ein Kill mit einer Waffe. Sicher, dass du kein Kill hattest? Ja, ich hab... Mit einem Panzer hatte ich so ein bisschen. Aber ich hatte ja nicht ein einziges Mal so eine Waffe in der Hand. Hey, na, na, was geht? Na? Guck mal, dass jemand am Tanzen... Warte mal, wie mach ich Emotes? Äh, ich glaub... Bei mir ist er auf N. Vielleicht auf B. Auf B? Ah, ja. Eigentlich machen wir den selben Tanz. Ja, ich mach GG. Oder... Ich mach ein Herz. Buh, dida, 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 uh. Oh, yeah. Warum ist jetzt plötzlich dunkel? Das find ich nicht so gut. Nee, find ich auch nicht gut. Das ist nicht schön. Also hier vorne gibt es auch noch einen Panzer, ne? Aber es ist gefährlicher. Wo, wo ist der Panzer? Hier unten. Ja, dann runter. Ja, wir müssen auch einfach mal ein bisschen riskieren, Maxify. Du musst Risiko eingehen. Ja, dafür gibt es auch diesen Spruch, oder nicht? No risk, no fun. Ja, no risk, no fun. That's my motto. Das war auch damals ein geiles Meme. Ah, da... Ja, ich seh den Panzer. Ich seh den. Ich seh ihn. Ich seh ihn grad gar nicht. Doch, hier. Ich markier ihn. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich hab ihn, ich hab ihn, Maxify. Ach, da oben. Kannst du mich abholen? Oh, Gott. Ich fall hier... Kann ich springen? Ja, ja, du kannst fallen, fliegen, springen. Ah, ja. Sehr gut. Packt mich ab. Ja, ich hab dich. So, jetzt holen wir alle. Okay, jetzt holen wir alle. Einer ist hinter uns runtergeflogen. Ah, ja, ja, ja. Okay, sehr gut. Da gehen wir hin. Irgendwer wirft Granaten. Ah, ja, ich seh ihn. So. Oh, sehr gut. Ich brauch diesmal eine Waffe. Oben wieder? Ah, ja, ja, ja. Ziel... Ich muss mal auch einen mit einer normalen Waffe wegballern. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist mein Ziel heute. Ah, ja, da... Ich seh ihn. Ich seh... Ah, ja, ja. Ah, ich hab auch so einen Wärmessie. Der Schild ist gebrochen. Sehr gut. Seine Moral auch. Ah, ja, da hinten... Er ist unter der Treppe. Er ist unter der Treppe. Sehr gut. Ich... Ich geb ihm den Rest. Mit einer Kanone. Wir müssen da aufpassen. Kann sein, dass die von oben schießen auch. Ah, ja. Da vorne ist einer. Ah, das ist wieder so ein... Das ist wieder so ein Bot, ne? Alles gut, hab ihn. Oh, der... Ah, das ist auch wieder so ein Bot. Ja. Was denn? Hinter dir. Ich bin... Ich bin Nock. Ich bin Nock. Nein, aber wie ist das passiert, Maxi? Hinter dir. Hinter dir. Ja, warte. Hinter dir, da im Haus. Er kommt angeflogen zu dir. Er ist genau hier. Wo denn? Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Bei dem Auto. Oben. Bei welchem Auto? Der Panzer. Hier schienen so viele Autos. Der Tank. Der Panzer. Er ist bei dir oben drin in der Kanone. Ach so, er ist bei mir oben drin. Ja, das ist doch praktisch. Ja, was mach ich denn jetzt, Maxi Fall? Ich weiß ihn nicht. Bitte gehen Sie da raus. Er schießt auf... Er schießt auf den Panzer. Was soll denn der Mist? Hör auf, auf den Panzer zu schießen. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, das ist kein Problem. Ja, na toll. Dann schieße ich auch. Dann schieße ich auf mich selbst. Dann werden mir hier beide untergehen. Aber ich habe keine Waffe. Scheiße. Ja, ich habe bei mir eine Waffe, aber... Oh Gott. Oh Gott, Maxi Fall. Maxi Fall, ich wurde weg. Das sieht gar nicht gut aus. Ich bin tot. Ich sage dir, der Ort ist ein bisschen gefährlicher. Ja, aber war geil. Wollen wir vielleicht auch mal ohne Panzer machen, auch wenn Panzer so viel Spaß macht. Ja, dann machen wir mal eine Runde ohne Panzer. Weil ich muss ja noch meinen Kill holen. Hohlkopf? Hohlkopf ist gut, Alter. Ich bin Hohlkopf. Du kriegst von mir den besten Tanz. Bereit? Ja, oh ja. Den finde ich gut. Der gefällt mir sehr gut. Oh, ich weiß, dass es geht. Ach Mann, ich würde nie schocken. Ich bin so ein Nichtsnutz. Nein, 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 Maxi Fall. Du bist ein super toller, muskulöser kleiner Junge. Ich sehe dich da immer ständig bei Julian Bam und Rezo rumspringen. Ihr kranken Drei. Und dann macht ihr so Challenges. Irgendwie wer massiert wem den Rücken und so. Ja, willst du mal mitmachen? Nee, 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 nee. Wieso nicht? Ich kann richtig gut den Rücken machen. Jetzt massieren. Ja, aber vielleicht auch schon zu gut. Die beschweren sich nicht. Das glaube ich gern, dass Ju und Rezo sich nicht über eine Rückenmassage. Die kleinen. Habe ich dir schon mal erzählt, wie ich Julian Bam am Flughafen getroffen habe? Nee, hast du nicht. Erzähl mal. Ah, ja. Das ist eine Geschichte. Ich habe nur eine Geschichte von Julian Bam und mir. Und das ist die, wie wir uns beide am Flughafen gesehen haben. In Köln. Wir haben uns getroffen und es gab diesen awkward Moment, wo man sich nicht sicher war, umarmt man jetzt den anderen, weil man schon so close ist oder gibt man ihm nur die Hand. Und sagen wir es so. Ich glaube, Ju war bereit für den Handschlag und ich bin all in gegangen für die Umarmung. Ja, war ein bisschen awkward zwischen Ju und mir, aber bis dato ist alles gut. So, wir springen jetzt raus, Maxify. Aber wo gehen wir hin? Ja, hier zum Luftschiff. Aufs Luftschiff oben drauf? Ja. Habe einen. Sehr gut. Ah ja, da ist scheinbar schon Action hier. Ich habe keine Waffe, Maxify. Oh Gott, hier sind Bots. Ah! Auf mich zu schießen. Habe ihn, habe ihn, habe ihn. Ja, habe ihn, habe ihn. Sehr gut. Ich trage ihn. Ich trage ihn. Ich habe keine Munition mehr. Maxify, hilf mir. Ich liege auf... Ich habe keine Munition. Ich muss jetzt wenigstens mal einen töten. Hast du gerade eine Instagram-Story online? Nee. Gucke ich doch mal bei dir, bei Maxify auf Instagram. Was sind die so... Oha! Neuestes Bild. Einfach so ein Kuss von Rezo und da ist Gnu auch noch dabei. Ei, ei, ei. Julian Bam, der irgendwas singt, oder? Ich trage ihn, ich trage ihn, ich trage ihn. Julian Bam, der hat's faustdick hinter den Ohren. Ja, Rezo aber auch. Ja, die sind beide... Ja, die sind beide... Ich glaube auch, das sind beides Verbrecher. Auch. Weißt du, was wir bei denen gemacht haben? Ja, erzähl mal. Wir haben dieses Omit-Hepop gemacht, mir eine Freundin suchen. Oh! Und Rezo rechts von mir, mit Gitarre. Ja. Und Ju links von mir, mit Keyboard. Und ich war da so, ja cool, ich kann halt gar nichts von den ganzen Sachen. Okay. Und die meinten, ich soll dann so teilweise singen und so. Und ich kann halt auch nicht singen. So, hallo, da sind wir wieder. Hey! Maxify hat gerade ein paar private Sachen gedroppt. Ähm, er will jetzt unbedingt Rapper werden und das muss sich rausschneiden. So! Runder! Runder, runder, runder. Zur Tankstelle, zur Tankstelle. Oh, zu der guten Tankstelle. Ja, ja, ja. Zu der... Da ist auf jeden Fall was drin. Da ist was drin. Und da werde ich mir eine Waffe holen. Ja. Und dann hole ich den Kill. Kein Bot, kein gar nichts, sondern einfach straight up so eine geile Waffe. Ich kille einen und dann ist die Welt auch einfach hier am heutigen Tag in Ordnung. Guck mal, ich habe einen Fisch. Ess den mal. Den Fisch, den ich dir zugeworfen habe. Ess den mal. Oh, warte. Ja, ja, mach ich, mach ich. Okay. Oh, was ist denn jetzt passiert? Bei mir ist jetzt plötzlich mein Spiel ganz verrückt. Jetzt. Siehst du die ganze Zeit nur noch so. Ist das die ganze Zeit? Ja, ohne unterbrochen. Du bist ein Lügner, oder? Ja. Okay, sehr gut. So, wir setzen uns ins Auto. So, ich fahre jetzt zu einem. Aber hier ist noch ein Lambo, Mensch. Wo ist ein Lambo? Ja, bei mir. Hallo. Alter, nice. Okay, warte. Dann fahre ich uns. Oh, jetzt hat es aufgehört. Sehr gut. Okay, ich brauche immer noch eine richtige Waffe. Ich habe nur so eine Shotgun. Dann lass uns vielleicht irgendwo noch mehr Waffen holen. Ja, okay. Hier vorne. Das sieht gut aus. Oh, da ist ein Lama. Sehr gut. Vergegen. Vergegen. Ja, mach ich. Oh, Alter. Wo habe ich es hingeschossen? Hier. Du schießt wieder hoch. Okay, ich schieße kaputt. Oh, ja. Alles mal. Du hast mir alles geklaut. Da war ja nur Schmutz drin. Was ist das? Fahrzeugmodifikation. Oh, Alter. Was ist das? Schildsprinkler. Nicht werfen, nicht werfen, nicht werfen. Okay. Das ist für Shit. Oh. Jetzt können wir Leute wegbauen. Nice. Also, wir fahren gerade in Richtung Tilted, ne? Ich würde erst mal da oben hinfahren für Waffen, weil in Tilted geht nämlich die Action ab. Ich muss doch ein Kill. Da ist einer bei mir. Okay, warte. Ich spring raus. Wo ist er? Wo ist er? Unten, wo ich markiert habe. Ah ja, ich renne zu ihm. Komm, ich fahre uns mit dort hin. Okay. Wusstest du? Ja, ich laufe. Oh Gott, ich wurde angeschossen. Hinter uns. Er hat noch Shit. Kriegst du, komm. Ja, ja, warte. Ich bin drauf. Ich habe ihm 39 Schaden gemacht. Nein, ich liege, Maxify. Ich liege. Mach ihn bitte. Mach die beiden. Ich liege hier auf dem Boden. Ich will doch nur einen Kill, Mann. Einen Kill. Oh, Alter. Oh Gott, der Kompanzer, Maxify. Hört auf mich zu. Fährt er hier hoch? Ja, er fährt hoch. Er fährt hoch. Warte. Es kann doch nicht so schwer sein, einen Kill zu machen. Letzte Runde, Maxify. Letzte Runde. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann ist die Folge vorbei. So, meine Damen und Herren. Da hin. Jetzt, okay. Das muss man jetzt aber schaffen. Das ist jetzt nicht traurig. Ja. Was so ein Zuschauer denkt, Mensch. Ja, ich bin halt so Ego-Schuder, bin ich nicht so der Beste. Das hat schon einen Grund, warum ich nicht viel Fortnite spiele. Ja, weil ich gehe ins nächste Haus. Zack, rein hier. Okay. Ich habe eine Spitzhackel. Nee, eine Angel ist das. Sag mal, was ist denn das? Oh, hier ist eine Truhe. Oh ja, oh ja, oh ja. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich so eine grüne Maschinenpistole. Wenn jetzt hier einer muckt, dann kassiert er direkt. Ja, bei mir auf der Straße. Oh, 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 wo, wo, wo? Da unten. Hinter dir, Richtung Süden, Richtung Süden. Auf der Straße. Oh, ich habe ihn. Ich habe ihn niedergestreckt. Du Mieses. Mein Mann hat es geschafft. Ich habe es geschafft, Maxi, ich habe jemanden umgebracht. Alter, hast du auch gesehen, wie ich ihn danach niedergestreckt habe? Oh, jetzt habe ich nur noch drei Schuss. Ich glaube, dein Freund ist noch hier irgendwo. Oh, da, hier ist noch eine Kiste. Also, ich denke mal, sein Freund wird irgendwann die Karte wahrscheinlich einholen. Oh, ja, warte mal. Das wecksele ich jetzt mal hier. Okay, ich fahre uns ins gelobte Land. Da fahren wir aber genau in die falsche Richtung. Ganz genau in die falsche Richtung. Warum denn? Was ist denn die falsche? Der will da nicht so nicht hin. Da geht es von der West runter. Ah, ja. Wir würden runterfliegen da. Ja, dann fahren wir, dann fahren wir. Oh, da ist jemand. Da ist ein Hühner. Ach so, das war kein Spieler. Nee, das war ein Hühner. Ah, okay. Unser Tank ist gleich leer. Ja, das ist kein Problem. Das Auto reicht nicht sehr gut. So. Zack. Hallun! Was? Ach so! Ja, du musst ja auch da mal direkt einsteigen. Ich fahre schnell weg. Der ist aber schnell, der Wagen. Ja, ja. Oh, da hinten habe ich jemanden auch fliegen sehen. Vielleicht da drüben. Oh, da hinten, da drüben bei der Tankstelle. Da ist er. Ah, da unten fährt er noch. Ah, ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, Maxify. Er kommt hier hoch. Er kommt hier hoch. Schieß ihn ab. Da ist auch noch einer. Hier ist auch noch einer. Oh, oh. Ich steige aus. Ich bin tot. Na, warte. Ich bin auch tot. Nein! So, Leute. Wir haben unser super Ziel erreicht. Paletto hat einen Kill geholt. Mehr gibt es heute nicht. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt bei Maxify vorbei. Bei dem haben wir auch noch eine traumhafte Runde aufgenommen. Habt ihr denn noch einen traumhaften Tag? Hier ist jetzt auch der Dien-Paluten-Kanal. Wie gesagt, schaut bei Maxify vorbei. Habt ihr denn noch einen traumhaften Tag? Auf drei. Tschüss. Mal holen wir einen Win. Wuuuuh. Ja, irgendwann. Klar.